In Ordnung, hier stehen schon die Dorfbewohner. Ich denke mal, die suchen nach uns. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Alle glauben, ich wäre der Bösewicht hier. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, gut, okay. Wir fangen wie gewohnt von links an. Hier fehlt wohl das Rad. Das Rad ist natürlich festgeschraubt. Ich müsste die Welle herausziehen, um an das Rad zu kommen. Okay, wir wollen also das Rad da irgendwie rausklauen. So, was haben wir hier? Hinterrad fehlt. Okay, das heißt, wir wollen das Rad von hinten hier dran packen. Karren blockiert den Windmühlenflügel. Ja, sehe ich schon hier. Hier brauchen wir mal wieder einen Schlüssel. Ich kann ihn nicht mal an der Stelle bewegen. Okay. Ich könnte ein Seil über die Tür werfen, damit es sich um den Riegel hängt. Und so die Tür öffnen. Okay, das heißt, wir brauchen auch noch ein Seil. Dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Brunnen. Oh, da haben wir einen Schlüssel. Aber wir haben nichts, um den Schlüssel daraus zu ziehen. Hier haben wir eine Winde. Was ist das? Die Winde scheint in Ordnung zu sein, aber der Eimer fehlt. Okay, uns fehlt also noch ein Eimer. Oh, was haben wir hier? Ja, das sieht aus wie eine Krähe. Mein Liebling, ich bin so froh, dass wir diesen Ort endlich verlassen werden. Dann müssen wir uns nicht mehr heimlich treffen. Der Fluchstollen... Fluchstollen, okay. Der Fluchstollen war eine grandiose Idee, aber es ist furchtbar dunkel und unheimlich da drin. Ich bin so froh, dass ich ihn nicht noch einmal durchqueren muss. Den Schlüssel habe ich oben in unserem Versteck untergebracht. Für alle Fälle. Ich liebe dich. Okay, dann machen wir das mal frei hier. Da haben wir noch eine Fee. So, das könnte der Fluchstollen sein, durch den man ins Dorf gelangt. Ja, aber da brauchen wir irgendwas da drauf. Irgendein Symbol mal wieder. Okay, was haben wir denn jetzt Schönes? Wir haben hier... Können wir das damit da... Ja, sehr schön. Aber wir können es nicht drehen. Das ist ja mal wieder typisch. Uns fehlt ein Eimer. Können wir den hier nicht nehmen? Nein, können wir nicht. Können wir das... Nein, geht auch nicht. Okay, ich denke, wir müssen woanders weitermachen. Ne, doch nicht. Müssen wir hier machen. Irgendwas übersehen wir hier. Ich gehe noch mal zum Brunnen. Tja, und unsere Katze kann den, glaube ich, auch nicht holen. Ne. Hier gibt es bestimmt auch nichts. Tja, hier liegt auch nichts. Hm, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Eimer. Hier haben wir den Schlüssel. Da haben wir... Irgendwas, so ein Kran oder sowas. Also... Um irgendwas da... Ah, guck mal hier. Damit können wir jetzt... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hier, jetzt können wir... Jetzt können wir das drehen, oder? Ja, sehr schön. Und wir können das Rad nehmen. Zack. Sehr schön. Na, ich wollte... Na, ich wollte... Hä? Nee. Ich wollte eigentlich... Nee, das funktioniert ja nicht. Okay. Wir sind wieder am Anfang. Das Fass ist wirklich schwer. Und hier ließe sich ein Hahn anbringen. Ja, und der Hahn liegt hinten im Brunnen. Hier fehlt ein Schlüssel. Wer sichert denn eine Leiter mit einer Kette? Ja, gute Frage. Aber diese Leiter könnten wir hinten in den Brunnen auch runterlassen. Hm. Dann gehen wir zum Brunnen. Aber ich glaube nicht, dass wir damit... Das ist ja... Ein Wagenrad. Das ist für... Ne? Ihr wisst schon. Okay, anscheinend geht's hier nicht weiter. Müssen wir vielleicht doch woanders hin? Nee. Müssen wir nicht. Tja, wir haben noch kein Seil. Das ist das Problem. Hier können wir nirgendwo was machen. Ich geh mal ein zurück. Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Vielleicht in diesem Tisch irgendwas zusammenbasteln. Nö, können wir auch nicht. Wir haben nur das Rad im Inventar. Hm. Wir gehen mal einfach alles durch. Können wir auch nirgendwo was machen. Können wir auch nirgendwo was machen. Können wir auch nirgendwo was machen. Ach, hier haben wir noch ein Trugbild. Da haben wir noch eine Fee. Okay, mehr können wir aber... ...leider hier nicht machen. So wie das aussieht. Ich gehe einfach alles einmal zurück. ...bis ich irgendwas finde. Da haben wir noch ein Trugbild. So, zum Wald möchte ich nicht. Vielleicht kann mir die Hexe da irgendwie weiterhelfen. Keine Ahnung. Ach, die ist noch nicht mal da. Das ist gerade doch Flitterwochen mit dem... ...mit dem Bär, wa? ...in den Fluchtstollen gelangen. Genau. Hm. 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 Wir kommen nicht da dran, wir kommen nicht da dran. Wahnsinn, was ist los? Also, irgendwie kommen wir gerade echt nicht weiter, ne? Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier müssen wir den Dingens anbringen, damit das Fass leichter wird, damit wir das Fass wegtragen können. Damit der Wagen leichter wird, damit wir es anheben können und das Rad befestigen können. So. Weil dann dreht sich das auch und wir können endlich... Weiß ich nicht, hier oben ist so ein Stoff fetzen. Vielleicht können wir unsere Katze da hochschmeißen. Geht das? Oha, was war das denn? War das gerade eine Hand oder sowas? Da. Tatsache. Okay. Ich versuch mal, ob meine Katze da irgendwas machen kann. Okay, hier geht's nicht. Dann versuch ich's am Brunnen. Kannst du hier irgendwas machen, mein Süßer? Hier nicht. Hier auch nicht, so wie es aussieht. Verdammt noch mal. Tja, ich werd wohl ein bisschen suchen müssen. Aber ich darf das ja auch nichttalken. Ich versuch mal. Ich versuch mal. immortell. Vielen Dank.